Okay, wollen wir reden? Mit was fangen wir an? Erstmal, wie geht's euch? Was habt ihr gemacht heute? Gibt's irgendwas, was ihr fragen wollt? Weil ich hab viel zu erzählen, Dreadys. Okay, ich rede. Also, Dreadys. Jetzt ist es endlich an der Zeit und ich kann mit euch ein bisschen offen über die ganze Geschichte reden, okay? Runde 2 ist zu Ende. Okay? War oder ist besser angekommen, als ich gedacht hab. Als wir die Idee hatten für Runde 2, war super. Wir hatten einen Plan gehabt. Es gab nur das Risiko, wir sind nicht mitgefahren, sondern wir haben alle Kameramänner das machen lassen, wo wir gesagt haben, Jungs, macht, hier ist Skript, haltet euch an das Skript. Und die Vlog-Kamera soll eigentlich eine andere Sicht darstellen. So, es gibt eine Hauptkamera, die soll Regie führen und die Vlog-Kamera für eine andere Sicht, Bruder. Aber einige Kameramänner haben das so ein bisschen gemischt. Es war Salat. Und sie waren immer alle selber verantwortlich für den Cut. Und dann haben die uns die Folgen zugeschickt, Bruder. Und ich war auf meine Mutter, ich bin vor meinen, ich bin, ich bin, ich hab, Hey, Chat-GBT, wie kann man am teuersten seinen Arsch verkaufen? Welcher arabische Scheiß steht auf Arschhaare? Tunesische, leicht Opa, weiß, die sind so weiß angekrustete Arschhaare. Ich bin ruiniert. So war der Modus. Dann ich hab mir gedacht, Ey, weil Runde 3 haben wir ja gedreht und Runde 3 ist anders, Trittis. Wisst ihr, wie Runde 3 aufgebaut ist von System? Genau wie Marokko. Die Leute stehen auf, es gibt eine Tages-Challenge, das und das muss erledigt werden. Leute streiten sich, machen Gruppen, zack, zack, gehen weg. An einem Tag gibt's 15 Songs. So. Jetzt, Bruder, du hast eine Folge, nur zwei Songs, Bruder. So. Und zu viel Vloggerei-Geschichten. Es hatte was gehabt, ich will's jetzt auch nicht schlechter reden, als es ist, aber ich bin auch happy, dass es jetzt zu Ende ist, Bruder, und dass wir Richtung Runde 3 gehen. Runde 3, wo waren wir in Runde 3? Also, Runde 3, habt ihr schon richtig herauslesen können, heraussehen können, wir waren teilweise in Kroatien, aber teilweise auch nicht. Also, wir sind jeden Tag rumgereist. Es waren Inseln, Kroatien hat so viele schöne Inseln, ja. Also, wir waren in Kroatien und auch im Meer, also, wir waren eigentlich praktisch nur auf dem Meer, so, ähm, mit 38 Künstlern, okay. Es ist kinoreif. Wir haben auch die dritte Runde, oder dazu später erst, dazu später, dazu später erst, dazu später, ja. Dazu später. Welche Stadt in Kroatien? Zwölf Städte oder so waren wir. Also, das sind nicht Städte, wir waren in Split erstmal, von da haben wir das Schiff genommen, und dann sind wir Inseln nach Inseln nach Inseln nach Inseln nach Inseln nach Inseln. Ich kann die nicht mal alle aussprechen. So, ich hab gekotzt auf dieses Schiff, wir sind auf dieses Schiff gefahren, während es Sturm war, während alles war. Wir hatten zwei Schiffe, so ein kleines für mich und mein Team, also was heißt für mich, Randy Abel und eins, zwei Leute, und so ein großes für die Kandidaten. Und das war ein richtiger Film, Dreadys, also das ist ehrlich, das war, was ist das Ziel? Es ist so, eine Hommage an One Piece, so, ähm, und ihr müsst euch überraschen lassen. Ihr habt den Trailer wahrscheinlich schon gesehen, auf der Suche nach einem großen Schatz, ja, und mal gucken, ob man das One Piece finden kann, ja, vielleicht finden wir es sogar noch vor Ruffy, kann sein, ja. Okay, wann kommt jetzt die Folge? Okay, wann? Wir haben euch nach Runde 1 40 Tage lang warten lassen. 40 Tage habt ihr gewartet, Bruder, bis Runde 2 kam. Und nach Runde 2 müsst ihr auch 40 Tage lang warten, bis Runde 3 kommt. Das ist doch ein dickes W, oder? Das heißt Februar, oder so. Natürlich nicht. Natürlich nicht, Dreadis. Okay? Natürlich nicht. Ähm, wir haben ein Datum, also es kommt auf jeden Fall. Soll ich es euch genau sagen? Also guck mal, ich kann euch jetzt zwei Datum nennen, okay? Ich kann euch ein Datum nennen, spätestens da ist es online. Und ich kann euch ein Datum nennen, mit ein bisschen Glück ist es auch da online. Aber nicht mal viel Glück, sondern nur ein bisschen Glück ist es auch schon da online. also, das sichere Datum, da ist schon längst online, ist der 8.12. Mit ein bisschen Glück, da fehlen 3% oder so, haben wir schon am 1.12. die erste Folge von Rappler Rue, dritte Runde, mit über 10 Songs, mit dem ersten Skandal dieser Staffel, von dem ihr euch nicht erholen werdet, okay? Es ist bis dato dann, also Runde 3 ist die beste Runde, die wir jemals gedreht haben. Pack Marokko und schmeißt die in Müll, okay? So. Aber die Folge alleine wird für Sorgen, das werdet ihr euch nicht vorstellen können, ja. Weil die Challenge, die dort an diesem Tag passiert, gell, ich geb euch sogar einen kleinen Hinweis, es hat Ähnlichkeiten, also eine Ähnlichkeit hat's mit der ersten Folge in Marokko, eine Ähnlichkeit. Es ist kein Rap-Quiz, das ist es nicht, okay? Das ist nicht die Ähnlichkeit. So, toll ging mein Bruder, Dankeschön für 40 Monate. Nein, kein Rap-Quiz. Was war denn, boah, soll ich das leaken schon? Ich leake es. Oh mein Gott, Chat, ich bin so diabolisch. Jetzt hör zu und sag, Sammy, du bist korrekt oder unkorrekt. es gibt Treffpunkt war Kroatien, okay? Dort stechen wir einen See. Alle Kandidaten sind angereist. Nicht mit Flugzeug, mit Reisebus. Auf ekelhaft. 38 Leute und Kameramänner in einen Reisebus. Das war, Bruder, darf ich auf deinen Ellbogen sitzen? Kann ich auf deinen Unterarmen Liegestütze machen? So. Erster Tag. Erste Challenge. Wer kommt überhaupt mit auf Schiff und wer muss auch direkt wieder nach Hause fahren? Nicht jeder ist mit gekommen. Also sind Leute nur gekommen, um wieder zu gehen. Mehrere die sind gekommen, Koffer ausgepackt, eingepackt. Tschüss. Das ist ein Mega-Eier, Bruder. Ja, 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 aber es ist halt so. Es ist halt so. Ja, und dort seht ihr auch, wer es dann weiter geschafft hat. Ja, aber ich, ich kann euch eins, zwei Sachen vielleicht sogar so unter der Hand verraten, falls ihr jetzt eins, zwei Namen in den Chat schreiben wollt und sagt Samyabi ist der weiter, dann sage ich euch ja oder sage euch nein, aber manchmal kostet es auch fünf Subs. Ich mache noch einen Namen, Dreadys, noch einen. Danach müsst ihr chillen, weil wir haben so eine Auflösung geplant. Checkt ihr? Das ist damit so schön bildlich und so. Checkt ihr? Ja. So, ich lese Dago zum Beispiel, ich lese Javus, ich lese Chanel, ich lese Jedi, Deary, Smelly, Asu, Mashkal, für welchen Namen wollt ihr euch entscheiden, Dreadys? Einen verrate ich euch noch, Cousin. Einen verrate ich euch noch. Ich sehe oft Asu. Asu, obwohl es mir sehr schwer fällt, Bruder. Ja, ich muss das ehrlich sagen, das ist auch wahrscheinlich, warum ihr gemerkt habt, dass ich nicht so viele Songs von ihm auf meinem PC habe und ich konnte euch immer nur eins, zwei Sachen leaken. Asu ist natürlich weiter in der dritten Runde und wir sehen ihn auf den Schiff-Cousin vielleicht, wenn er den ersten Tag überlebt hat. Wann wird vierte Runde gedreht? Datum steht auch fest schon. Also wurde noch nicht gedreht tatsächlich, aber Datum steht schon fest. Ja. Okay, da haben wir das Thema durch. Ihr wisst, am 1. Dezember, schreibt euch eigentlich den ersten auf, weil ich werde darum kämpfen, dass es der erste wird und es wird auch höchstwahrscheinlich der erste werden. Also 1. Dezember habt ihr die dritte Runde. Jetzt kommt aber ein BUUUUUH. Okay? Hörst du? Ihr werdet nur noch eine Folge die Woche bekommen. Aber ich kann's auch erklären. Okay? Ihr werdet nur noch eine Folge die Woche bekommen, weil außer einmal glaube ich, einmal werdet ihr zwei bekommen. Einmal werdet ihr zwei bekommen. Weil es tendenziell in den Folgen immer 14 Songs gibt. Es ist nicht wie diesmal, dass ihr nur so kleine Auswahl habt, sondern ihr habt immer alles. Und, so wie ihr uns auch kennt von Rappler Rue 1, es passiert erst mal was und daraus entstehen dann Songs. Ich mache ein Beispiel. Ja, das muss nix heißen. Leute betteln sich und der eine verliert, muss dann zehn andere Leute mitnehmen ins Verliererteam, die müssen dann Songs machen und sich gegenseitig in den Arsch poppen. So was. Checkt ihr? Also es muss immer was passieren. Es sind lange Folgen, die meistens über eine Stunde gehen. Und ja, 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 ja. Mach sieben, sieben ist besser, ja, aber wir haben das abgegrenzt. Das heißt, ein Tag ist eine Folge. So wie in Marokko auch. Ein Tag ist eine Folge. Die Leute stehen morgens auf, bekommen von uns ihre Aufgabe, ja, um was es heute geht, okay, und dann wird sich vorbereitet, wird getan, wird gemacht, die Challenge passiert, es gibt Gewinner, Verlierer, Loser und so weiter und so weiter. Leute, die ihre Brüder von Server bannen, das gibt alles und diese Leute gehen dann wiederum in ein Battle rein und so weiter. Das heißt, ja, ihr habt dann immer diese Dinge. Ich küss eure Herzen. Wer wird in der Jury sein? Also, es wird zu einem Enno in der Jury sein, Abaya, Silvamate, Ilo Haraga und ich. Diese fünf Leute waren mit mir in Kroatien. Also auf dieser Schiffsreise. Ja. Ja. Casey war nicht dabei. Casey ist ja auch ein bisschen unvorteilhaft, wenn er in der Jury sitzt und Yavuz ist sein Artist. Weil vielleicht ist Yavuz auch rausgeflogen und ich weiß nicht, ob Casey das übers Herz bringen würde. Wir brauchen Sadiq, Jury, Comeback. Ja, war eigentlich geplant, aber Chanel ist ja jetzt schon rausgeflogen, jetzt muss man noch warten, bis Ego rausfliegt, dann kann ich auch Sadiq wieder in Jury holen. Omar war auch geplant. Dredis, Wallah, ich liebe Omar. Omar ist ein richtig guter Freund von mir, ein richtig guter Kerl, der Bruder konnte aber zu diesem Zeitpunkt nicht ausreisen, weil er, also er hat zwar die Abschiebung abwehren können, aber er durfte trotzdem nicht ausreisen, sonst hätte ich ihn mitgenommen. Keanu war auch super, Bruder. Ich sag, guck mal, Chet, soll ich mal sagen, ich schwöre euch, ihr werdet euch jetzt denken, niemals, aber ich feiere sowas, Abwechslung, verstehst du? Ein Keanu, super, was auch super wäre, gell, ein Manu Elsen in der Jury, ich würde Manu Elsen direkt nehmen in die Jury, Cousin. Das wäre super, Cousin. Das wäre so eine lustige Folge, gell, für eine Folge, ich würde mich totlachen, das wäre super, Cousin. Das wäre super. Ja, aber es ist halt auch immer schwer, weil wir drehen nicht in Deutschland, wir drehen dann außerhalb und die Leute müssen kommen, müssen gucken, müssen da, die haben doch auch alle was zu tun und so. Hast du ihn mal gefragt? Ne, habe ich noch nicht gefragt, ich habe ihn nicht gefragt. Mert wäre auch cool, ich mag Mert auch sehr, ja, ich mag Mert auch sehr. Wem würdet ihr euch denn wünschen? Warte, ich habe euch lange nicht mehr gefragt, Reris. Jetzt, weil wir fliegen, wir fahren, fliegen, auch, beides, irgendwo, jetzt in die letzte Runde, ah, noch eine Korrektur, es gibt nicht mehr zwei Runden, es gibt nur noch eine. Und danach gibt es vielleicht eine Special Round, aber die darf ich euch noch nicht erzählen, sonst kommt ihr vielleicht drauf, es gibt nur eine Special Round, aber so eine große Runde gibt es noch, die über zwei Wochen geht, wo ich auch zwei Wochen nicht da sein werde. Das ist wahrscheinlich sogar das größte Projekt, was wir jemals in unserem Leben gemacht haben. Das wird richtig Karambolage, wen wünscht ihr euch, damit ich mal abchecken kann? Viele schreiben, Manu, ja, soll ich mal schreiben? Soll ich sagen, ey Manu, Abi, willst du in Jury kommen? Ja, YouTuber kann ich ja nicht mitnehmen. Okay, Drey, es ist auf jeden Fall zum Thema Rapplerü, ihr könnt euch den ersten notieren, es wird am ersten höchstwahrscheinlich kommen, zu 80% kommt es am ersten, spätestens kommt es dann am achten. Ja, geile lange Folgen, jede Folge über zehn Songs, so, sehr geil gemacht, wir haben uns richtig viel Mühe gegeben, dass die beste Runde besser können wir es nicht machen. Ja. Viele haben mir geschrieben wegen dieser Fitna-Craft, ja Bruder, also Chat, ich hab Rohart geschrieben, Wallach wurde auf Instagram ignoriert und auf WhatsApp ignoriert, so, ja, ich fühl mich auch jetzt wie ein bisschen wie ein Fremder, so, weißt du? Surya, sein Stream, ich war mit ihm, Klamotten gerockt, wir sind ja auch Freunde, Bruder, weißt du, aber ignoriert, egal, ja, das ist so, das ist so. Vielleicht, also ich gehe sogar davon aus, ja, dass es nicht mal an ihm liegt, irgendeiner hat ihm wahrscheinlich gesagt, nee, lass Sammy weg und so, dies, das, irgendeiner hat es ihm so gesagt, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, weil wir sind eigentlich Freunde, wirklich, wir sind sehr gute Freunde, denke ich, zumindest, hoffe ich, doch, würde ich schon sagen, oder? Jemand released seine Klamottenmarke, der lädt mich in seinem Stream ab, wir machen eins gegen eins gegen eins, ich, Hamid und er, doch, ich würde sagen, wir sind Freunde, Bruder, ja, so. Ja, aber wurde geghostet und ignoriert, Cousin, und nicht mal ein Nein ist gekommen, sondern einfach nur auf gelesen gelassen. Ja, ist egal, was soll man machen? Aber ich wäre gerne dabei, Cousin, das wäre super Content gewesen, da könnte ich auch ein bisschen länger, ein bisschen öfter streamen und so, das wäre super. Nico, Dankeschön für den 31. Ich küsse dein Herz. Nein, nein, um Gottes Willen, Dreadys, guck mal, damit auch zum Verständnis für euch, Rohatz trotzdem, super Typ, ja, er ist geil, ich mag ihn, Bruder, und ich bin sogar der Meinung, es liegt nicht mal an ihn, darum habe ich das ja auch extra erwähnt, nicht, dass sie jetzt, das in dem Fall, den Hals bekommt und denkt, ich will jetzt hier auf Rohart hetzen oder so, um Gottes Willen. Das ist ein guter Junge. Das ist ein guter Junge. Album League. Ja, ich habe heute sogar vor dem Stream noch ein bisschen geschrieben, ich habe, also guck mal, das wird so laufen, ähm, ich habe zum Beispiel, boah, wie offen soll ich mit euch reden? Wie offen wollt ihr es haben, Chat? Okay. Ich habe, ich werde es so machen, ich werde, ich werde, den Song, nicht davor machen, sondern ich werde den Song versuchen, mit euch, im Livestream, in einem Studiostream, zusammen zu machen. Wichtig ist aber jetzt für mich, ich muss mir, geile Features ranholen, und Leute, die auch Bock drauf haben. Zum Beispiel, ich habe gestern mit Casey geredet, okay, ich habe ihm gesagt, Bruder, hättest du Bock, mit mir, Studiostream für mein Album, ein Song, geil, dies, das, und ich habe ihm eine Idee gesagt. Er hat die Idee aber nicht so gefühlt, aber hat mir zugesagt, also Casey ist dabei. Jetzt habe ich Casey gelegt, ich bin so dumm, aber ist egal, er ist dabei, aber wir wissen selber noch nicht gerade, was wir genau machen wollen. Und man guckt sich jetzt so ein paar Ideen an, in welche Richtung es gehen soll, und dann machen wir es. Dann kommt der erste Studiostream online, und das mache ich gerade mit allen Parteien, mit denen ich einen Song machen möchte, dass man sich so auf eine Idee einigt, und schlimmstenfalls kann die Idee sogar verworfen werden, aber dann gibt es einen festen Studiotag, und dann wird es gemacht. Wie viele Songs wird das Album haben? Also mindestens 10. Es wird auch Songs geben, die werdet ihr nicht im Studio sehen, äh, nicht im Stream sehen, ja, das sind aber dann einfach schon aufgenommene Songs, wie zum Beispiel, ich hab damals mal so ein Part auf Twitch gerappt, ähm, wo ich sage, Mama ist alt, und so gehen die Jahre vorbei, was hat Geld für einen Wert auf der Waage der Zeit? Und wenn ich es mir wünschte, wär der Tod geduldig, denn an Sünde bin ich hoch verschuldet. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Song erinnert, das ist zum Beispiel das Intro von dem Album, dafür wird es jetzt keinen Studiostream geben, weil es einfach so ein Intro ist. Versteht ihr? Das ist jetzt nichts Besonderes, das ist einfach nur ein, so ein Intro. Das kriegt ihr dann einfach auf das Album. So. Wenn ihr dann auf Spotify geht, dann könnt ihr euch den Song geben. Ja. Aber es ist jetzt keine Single oder so. Ja. Den gibt es zum Beispiel schon. Ja. Auf TikTok ist der ein bisschen viral gegangen, hab ich mir gedacht, komm, den pack ich rein, weil der auch so sehr persönlich ist. Ja, Chet, also ich sag ehrlich, ich hab auch kein Rapper-Ego mehr. So, ihr müsst auch eine Sache verstehen, ich glaub, ich will das auch einfach mal loswerden. Mir geht's jetzt auch nicht darum, die größten Hits zu machen oder sowas. Oder, ähm, die krassesten Features mir ranzuholen und, äh, Leute, Ding, das ist eher so ein persönliches Ding, weißt du? Ich will einfach coole Songs machen, es soll auch ein großer Push sein oder ums, guck mal, ich schwör auf meine Mutter, ich rede nackt zu euch. Es soll eigentlich nur ein Push sein für meinen Twitch-Kanal. Weißt du, dass ich mehr Content bringen kann. Weil, Bruder, aktuell, man kann auf nichts reagieren, außer auf Rappler Rüe Cousin. Alles andere ist so, ist so tot und ich mag Reactions zu machen. So, und die Sache, YouTube ist aktuell einfach tot und da hab ich mir gedacht, okay, was kann ich machen, dass ich konstant Streaming-Content hab. So, und was kann ich gut? Ich kann gut Musik machen. Also, was mach ich? Ich mach geile Studio-Streams, aber das soll jetzt nicht auf den Modus sein, ey, der will jetzt auf Kramp wieder, äh, rappen und, äh, mit Musik Geld verdienen. Bruder, ich hab jedes Jahr über 100 Künstler als, äh, unter Vertrag. Ich hatte, äh, Haaland, Amo, Eamon, äh, Gio, Ilo, mittlerweile immer noch, aber ich hab die Jungs, die machen viele Streams, ist, also Bruder, vom Musik Geld kommt gut rein. Wir sind, glaub ich, sogar der größte Act in Deutschland bei Sony Music. Es gibt niemanden größeres als wir. So, okay, nur, dass man das auch mal irgendwo gesagt hat, dass es nicht meine Intention ist, Bruder, jetzt, ähm, 40 Millionen Streams zu machen, sondern ich will einfach ein cooles Projekt machen. Soll einfach nur cool sein. So, weißt du? Ja. Soll einfach nur cool sein und auch nicht so auf Krampf. Weißt du? Das soll einfach, ähm, beispielsweise, iGen. Dankeschön, iGen, für den Verschenkten. Beispielsweise, wenn ich jetzt zu irgendwer, jemandem Fremdes gehen müsste und sagen müsste, ey, Bro, hast du Bock auf einen Song? Voll unangenehm, Bruder. Ich nehme lieber so die Leute so aus meinem Kreis. Ein Enno ist ein jahrelanger Freund, den nehme ich zum Beispiel. Ähm, Gio, den nehme ich zum Beispiel. Casey nehme ich zum Beispiel. So, weißt du? Auf korrekt, auf so, gechillt, ja. Hol Bobby, ich habe leider mit Bobby lange keinen Kontakt mehr gehabt. Ich mag Bobby sehr, Drillis. Wallah, ihr wisst das. Er war hier bei uns immer in den Streams, bevor das alles so richtig abging. Ich mag ihn sehr, aber wir haben lange keinen Kontakt mehr gehabt. Lange nicht. Lange keinen Kontakt. Omar ist zum Beispiel ein guter, äh, gutes Beispiel für das, was ich meine. Ja. Ihr könnt uns, ihr könnt, Wallah, chat, ja, ich schwöre euch, damit ihr wisst, wie ehrlich ich es meine. Ihr könnt mir auch gerne so eure Wünsche reinschreiben, was ihr hören wollt. Wenn ihr mir jetzt sagt, ey, Sammy, mach Achisi 2, mach ich Achisi 2. Wenn ihr sagt, ey, Sammy, mach mal Ghetto 2, mach ich Ghetto 2. Weil, Bruder, Wallah, mir geht es nicht darum, dass ich jetzt dadurch irgendeinen finanziellen Profit habe. Ich will einfach nur ein cooles Album machen. So. Leider, ich hatte einen Plan gehabt. Okay, nur noch diesen Punkt und dann sind wir fertig. Ich hatte einen Plan. Ich wollte Stress rausbringen mit District, auch auf den Album. Aber mein Bruder District, ähm, der hat keinen Bock mehr auf Musik, so. Weißt du, Leben hat sich ein bisschen geändert. Der hat es auch nicht leicht, Bruder. So, weißt du, er ist ein stabiler Typ. So, nicht, dass das Leben ihn irgendwie bricht, aber er hat auch so, er ist, Bruder, er ist im Knast. Wisst ihr, Chad, seit 3 Jahren ist er im Knast, so, und er hat andere Probleme. So, der hat jetzt auch nicht Bock, da noch so Dinge. Ich hab ihn gefragt, Bruder, hast du Lust oder so? Er sagt, nee, Brudi, so, mach ihn alleine. Ja. So. Und ich hab mir jetzt gedacht, vielleicht packe ich einfach jemand anderes drauf, auf den Song. Und dann bring ich den trotzdem noch. Das könnte ich machen. Weil der Song ist super. Also ich lieb ihn, ich lieb den Song. Ich hör den immer noch. Wie lange hat er noch? Das ist ein ganz großes Problem. Das kann ich euch auch nicht richtig beantworten. Weil der Bruder, ich schwöre eigentlich, er hätte 0 Tage verdient. Weil er ist ein super, Typ. Aber der Bruder hat leider, immer wieder kommt irgendwas Neues so. Verstehst du? Das eine Sache ist zu, oder Urteil wurde gesprochen. Auf einmal finden die irgendeine neue Akte und machen die auch auf und sagen, ey, dafür gibt's jetzt auch nochmal ein Verfahren. Und dafür gibt's auch nochmal ein Verfahren. Und dafür gibt's auch nochmal ein Verfahren. So. Und das ist halt ein bisschen Abturnen. Darum kann man's bis heute nicht sagen, wann der Bruder rauskommt. Eigentlich war geplant ein Jahr und er ist draußen. Aber jetzt sind schon drei. Das ist hart, ja. So. Komm, Dieb-Songs auch, natürlich. So ein Ich-Hass-Dich-Kann-Ich-Nicht-Machen. Also musikalisch würde ich gerne, Bruder. Aber ihr wisst doch, wie die Leute sind. Am Ende die Leute denken, ich hab Stress mit meiner Frau oder so. Wenn ich da jetzt schreibe, Ich lieb-Dich. Und ich hasse Dich auch. Und Du bist ein kleiner Kach. Ich hab heute ein Video von Mäus gesehen. Äh. Smek-Kach. Oh-oh-oh. Smek-Kach. Ey. Smek-Kach. Ja, das Bruder. Eigentlich so ein Mäus-Feature wäre auch maximal, gell. Big City-Kach. Da-da-da-tai. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Big City-Kach. Da-da-pa-ma-way. Da-mah-da-da-da-da-da-da. Big City-Kach. Boah Ey, neig auf den Schuhsohn Wir spielen Macha Miroslav Ich bin Naruto, du Hinata Hiyuga Ich würde da so reinkommen, Cousin Das geht Wir müssen nur Mäus überreden, Cousin